Es waren einmal wie Brüder im Wind, ein Adler und ein Junge. Gut gemacht, Samuel! Fangen wir ganz von vorne an. Er kam als Prinz zur Welt. In meinem Tal waren seine Eltern der König und die Königin. Wie geht's, Lukas? Ähn wie ein komischer Junge. Ihre Geschichte, so schien es, war vorbestimmt. Hab keine Angst. Ich tu dir nichts. Du hast bestimmt Hunger. Ich hab ihn! Der ist für dich, Aaron! Du musst ganz schnell mit den Flügeln schlagen! Komm her, will er einen fliegen? Er ist noch zu jung. Dann einfach so. Und wie geht's aus? Manchmal im Leben ist es viel wichtiger, seine eigene Geschichte zu erzählen. Ja! Du kannst fliegen! Ja, Amis! Ich habe ihn gefunden. Nein, mein Sohn, er hat dich gefunden. Ja. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ich hoffe, ihr arbeitet auf dem Weg. Ich bin zu kommen. Ich habe ihn mir gefunden. Ich habe es nicht davon. Ich bin ich sofort hier. Untertitelung des ZDF, 2020